Und diesen Hass, der jetzt im Moment auf Elon Musk niederprasselt. Ich finde, das ist immer der beste Beleg. Wenn der Mainstream scheisse schreibt über jemanden, dann weiss man, das muss eine interessante Person sein. Ja, so weit ist es gekommen. Und wenn jemand hofiert wird, da weiss man, System Hurerei, nicht interessant. Die spannendsten Debatten, nicht im Mainstream, auf unabhängigen Kanälen, nicht nur bei mir auf Stricko.tv, sondern auch auf vielen anderen. Oder von Marc Friedrich zu Roger Bittel und so weiter. Da sind die spannenden Themen. Da wird spannend geredet, da wird freigedacht und freigelebt und freigehandelt. Und das ist das Schöne an der Unabhängigkeit, die wir immer noch haben. Und diese gilt es zu verteidigen. So, schönen Abend miteinander, tag doch Sorge, gute Nacht.